Hallo, in nächster Schritt am Klavier, Vol. 2, lernst du die sonst so sehr trockene Musiktheorie von Du und Moll mit ganz einfachen Kindersprüchlein unmittelbar in der Hand zu begreifen. Du lernst innerhalb von ganz kurzer Zeit im 5-Tonraum von jeder Taste auszuspielen. Das bedeutet, du kannst, wenn du Vol. 2 durchgearbeitet hast, von jeder weiß- und schwarzen Taste aus, das heißt in allen 12 Tonarten, in allen 12 Moll-Tonarten, im 5-Tonraum und auch im 7-Tonraum spielen und sogar einfache Lieder transponieren. Dafür und dazu befähigen dich die Hasenohren, das Krokodil und 0-3-Hase-4 und der Schneemann und der Zauberblitz. Das ist jetzt nur so ein kleiner Einblick in das, was dich hier erwartet. Nächster Schritt am Klavier, Vol. 2. Viel Spaß damit!